Im Herzen von New Orleans, auf der Schattenseite der Südstaaten, abseits der Musik und dem fröhlichen Treiben, gibt es ein neues Spiel. Sie bekommen einen Führer, Pferdensucher und Waffen ihrer Wahl. Ich möchte eine Vermisstenmeldung aufgeben. Die Gegenspieler sind tödlich. Wir jagen ausschließlich Kriegsveteranen. Männer, die gerissen genug sind, die Jagd noch interessanter zu gestalten. Und sie gewinnen immer. Sie wollen Ihren Vater finden? Da brauchen Sie jemanden, der sich in der Stadt auskennt. Doch jetzt bekommen die Gegner ihre letzte Chance. Wie kommen Sie zu diesen Namen, Chance? Meine Mutter hat mal eine wahrgenommen. Oh nein! Unser Freund, Mr. Boudreau, Silver Star, ausgezeichneter Nahkampfspezialist. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Er ist ein lästiges Insekt. Ich werde ihn persönlich zertreten. Lassen Sie uns schnellstens verschwinden. Ladies first. What? Jagen dich diese Typen zum Spaß oder gibt's uns Geschäft? Beides. Ein Fehler. Und du bist bei Elvis im Himmel. Gebt bloß nicht so an. Jean-Claude Van Damme. In Harte Ziele. Wieder mal daneben. Ein neues Meisterwerk von Action-Regisseur John Wall. Was ist das für ein Gefügeljagt zu werden? Sag es mir! Harte Ziele. Was ist das für ein Gefügel? Alles Gute!